Der Cruiser, du bist halt einfach eine kleine Sau. Ich komm nach ne Bombe. Graveyard, Graveyard. Hey, what happened? Was? Nein, 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 Graveyard ballern wir wieder nicht in den Arsch. Nein, 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 nein. Ich hab durchgehend dieses Kacke. Graveyard und Ding noch einer. Alle meine Mates sind weg. Mit einem Furz. Oh, nein. What the fucking... Ich hab selbst reingeguckt, weil ich... Hä? Scheiße, ja, ich hab mich selbst geflasht. Nice. Ach, leck mich doch. Ich flash kurz Short. Ja, oder auch nicht. Okay, ich krieg's nicht hin. Nice. Gutes Mal sterbe ich aber nicht gerade. Ich hab's im Blick. Ich hab's... Also... Was haben wir getan? Warum haben wir die scheiß Web ausgesucht? Egal, wir haben gute Laune. Die, die, die. Du bist ja bei Krypto so ein bisschen drin. Kennst du dich eigentlich dann auch mit Penny-Trading aus? Gretel, Penny-Trading? Der Kleingram? Der Kleck ruscht oder was? Nicht wirklich, ne? Pen-Trading... Alter Kretel! Alter Kretel! Hm. Guck mal kurz, ob das... Secret rein! Secret rein! Secret rein! Secret rein! Ab ins Secret! Hello there! Es wird gerade labig. Ich hab... Also, ich denke das bei vielen so, dass immer wenn was... Genau! Dafür, dass sie Deutsch singen, sind die gut. Es ist irgendwie merkwürdig, das richtig zu enjoyen. Oh, hi Mark! Haha, I'm in danger! Und die Deutschen... Oh... Ach, leck mich doch, Big Daddy! Okay, let's go! Gary! Aha, I was just looking for the sports channel, Gary! Der mir kommt aus der Reheuer ist direkt... A savage mit aus... Wie der geflogen ist! Jetzt zeig ich dir, wie das geht. Ja, Mann! Den haben wir uns geholt, Yakuza, den haben wir uns geholt! Habt ihr gerade den Schiss zwischen den Ohren? Na ja, Jungs! Meine Mädels! Warum... warum pushst du ihn? Äh, bleibst du mit uns halt? Der ist... der kommt gleich City! Du bist purple! Do you ever look at someone and wonder... What is going on inside their head? Pit! Von Torrad immer? Oder aufm... Ding halt! Durch! Bitte! Ich fass es nicht! Ich fass es nicht! Vier Gegner hier keinen Kill! Die kommen, die kommen aber schon! Die kommen schon! Die kommen schon! Oh mein Gott! Und... Abba mit! Immer noch... Oh mein... Oh mein... Alter, Swiesel! Na also... Es geht doch, Alter! Batz! Und den dritten noch geholt! Easy! Noch einer outside durch! Later, Alter! Weg gehen! Later! Du kleine... Garaffe! Nein! Oh mein Gott! Bombe liegt links, Larry! Ja, ich denke ich aus. Alter! Oh mein Gott! Oh Gott! Hangover sorry! Ach du Scheiße! Nein! Oh Samy übrigens ist 69! Meinung dazu? Der ist aber weg, Samy! Also... Letters B! Letters B! Der kommt on-site! Der ist on-site! Ich guck hinter-site! Oh Samy, der ist so weggeflogen! Alter! Ich fäll es down! Ich fäll es down! 반ter... Alter! Ich fäll, illegaler Mensch! Ich fäll, ich fäll, ich fäll... Das ist dann richtig... Ilegaler Mensch! Okay, ich hab so Bock gemacht! Bisschen was trinken, weißt du? Und dann halt halt... Ah der ist links! Wenn sie dich fragen, wie du bist, dann musst du sagen, dass du okay bist und du nicht wirklich okay bist und du kannst einfach nicht in das, weil sie nie verstehen würden. Es ist so wie ein Drifter in die Hose geht. Ich bin kein Drifter, aber ich stelle mir das so vor, du machst halt dein Ding und das ist das Originalgeräusch, das ein Auto macht beim Driften und dann merkst du so, scheiße, ich rutsche weg und du könntest es aufhalten durch Manöver, aber man hält es nicht auf. Man guckt nur, oh nein, ja wir müssen vielleicht die Map von davor spielen oder die Looping Map mit den Rasenmäheren. Haha Sammy! Ach Gretel, jetzt! Das ist viel damage! Den Vater! Gretel! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach, von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse, denn dann gib mir deine wickenfette Mutter auf die Instagram. Dein Gretel, was ist dein보다- und du hast deine Hose?